Hallo und herzlich willkommen, wir fahren heute mit der Linie 24a vom Breitenlischschule mit dem M1-MG 313 mit dem Euro5 ZF-Sound. Der hat viel zum Beaten einfach. Der hat Licht, hat coole Sitze, das ist ja egal, da kann man drücken. Ja, ich stelle mal 8 Uhr. 2. Der hat sich so wie die Wiener Neustadt an. Jetzt sind die die gleichen weiter. 8 Uhr. Wettel Ejort! Ich denke, dass du denn neunzigartig bist. Wettel Ejort! Ja, Leute wollen nur anschreiben. Wörtchen. Die KZRs. Ehm... Red lace repo. Sieht so mega überfüllt aus. Die KZR der Treten. Die KZR. Die KZR. Die KZR. Kirchen. Die KZR. Zieglerhofstraße Oh, was soll das? Spartefeldstraße Was soll denn das? Spartefeldstraße Spartefeldstraße 86a in Richtung Stadtlauf. Was soll denn das? Kann er nicht normal fahren? Kann er nicht normal fahren? Die eine freut sich wie Arsne doch. Die eine freut sich, und ich darf es nicht vachen. Was ist eine Fählende? Die Fählende Reibe, das waren wir vorne. Wir werden sie insgesamt in Richtung Lockeout. Ich kenne die Gefahr. Zwergensee Einsteigen zu Siebeln und Achtziger Darf ich überhaupt so stehen? Weiß es nicht Gewerbepackra Unstellt Das ist ein W Hab ich gesagt, ja Grüß Das darf hier nicht wahr sein Ähhh Da sein Marco-Mahn-Straße, wir bitten Sie älteren oder behinderten Pagetum, wo ihr ältere Personen und die Kleinkinder sind, die Plätze zu verlassen. Soll das auch die Plätze zu verlassen, die Plätze zu verlassen hat. Ja, Steinzu, 22er, im Rektor, Kakra, U-Bahn. Boah, was soll das? Boah, weiss, höll das! Hast du deine Manier nicht gelernt, oder wie? Ich bin für euch voll stark. Oh, ich bin für euch mal ein Kasse. Oh, ich bin für euch mal ein Kasse. So machen sie die Wiener Neustädter. Kakra, U-Bahn. Kakra, U-Bahn, U-Bahn. Die Linie, 31a, in Richtung, weiß ich, Oedenburger Straße Schulze. 90-dBahn. 51. Vielen Dank.